Die Meinungsfreiheit ist die Grundlage jeder freien, demokratischen Gesellschaft. Leider ist die Situation der Meinungsfreiheit weltweit sehr bedenklich. Überall wird sie eingeschränkt oder zumindest in Frage gestellt. Ganz besonders in der Türkei. In der Türkei herrscht zurzeit ein Furor gegen Andersdenkende. Es sitzen über 150 Autoren, Schriftsteller, Journalisten im Gefängnis und viele, viele andere werden verfolgt und Repressalien unterzogen. Die Türkei ist auf dem Weg in einen totalitären Unrechtsstaat. Und mit dem Referendum am 16. April, mit dem dem Präsidenten Erdogan eine geradezu ungrenzenlose Machtfülle gegeben werden soll, würde ein weiteres Zeichen dafür gesetzt werden, dass Freiheit und Demokratie in der Türkei abgeschafft werden. Dazu können wir, die Zivilgesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger Europas nicht länger schweigen. Jetzt ist Engagement angezeigt, jetzt ist Haltung angezeigt. Deshalb möchten wir noch vor diesem Referendum eine Anzeige schalten, mit der wir unsere Solidarität für alle Andersdenkenden bekunden wollen und sie unterstützen wollen in ihrer Arbeit und ihrem Kampf gegen ein Unrechtsregime. Und deshalb werden wir diese Anzeige schalten und dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Bitte unterstützen Sie uns mit welchem Betrag auch immer, damit wir viele Anzeigen in den noch freien Zeitungen der Türkei schalten können und damit natürlich auch diese freien Zeitungen unterstützen. Wir bitten um Ihre Hilfe. Herzlichen Dank.